Leute, ratet mal, wer zurück ist. Trump ist zurück. Genau darüber reden wir heute. Was heißt es für die Märkte? Wie positioniere ich mich? Wie waren meine letzten drei Monate? Ich habe ziemlich eine Auszeit genommen. Über all diese Dinge besprechen wir so ein bisschen. Die letzten drei Monate, Auszeit. Was erwarte ich bis Jahresende? Wie geht es 2025 weiter? Schauen wir uns alles mal ein bisschen im heutigen Video an. Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Sprechen wir mal über ein paar Dinge. Als alles erstes mal die letzten drei Monate. Wie gesagt, ich hatte ja den 90er Gameplan. Der lief bis Ende August. Und dann September, Oktober und jetzt in den November hinein. Ziemlich Auszeit von Social Media. Ziemlich Auszeit von Business. Das Team hat bei Cake extrem gut. Einfach alles ein bisschen weitergefahren. Hier einfach der Fokus. Wirklich schön die Dinge machen, wie sie laufen. Und dann werden wir jetzt einfach schauen, was sind so die nächsten Schritte? Welche Möglichkeiten stehen uns dort bevor? Für mich war wirklich der Fokus. Fokus tatsächlich auf mich selbst. Ich habe über 10 Kilo abgenommen. Ich habe viel Sport gemacht. Gehe viel Fitnessstudio. Gehe wieder viel laufen. All die Dinge, die ich über das letzte Jahr extrem vernachlässigt habe. Jetzt einfach wieder extrem Fokus drauf. Zeit mit den Kindern. Die waren halt auch im Älter. Macht unglaublich Spaß. Wir hatten heute gerade zum allerersten Mal eine Function, so eine Theatervorstellung. Kannst du dir ja vorstellen. Hast du da ein paar Kinder draußen. Die Mütter heulen alle. Und man sitzt da und freut sich einfach nur, dass das Kind irgendwie einigermaßen hier über die Bühne so ein bisschen kommt. Alles sehr nett. Und ich glaube, wenn ich da irgendwie Vollzeit zur Zeit voll hustlen würde im Business, dann hätte ich genau wie solche Momente einfach keine Zeit. Und das ist mir einfach total wichtig. Und da ist zur Zeit diese Work-Life-Balance, die da so ein bisschen hineinkommt. Also wirklich Fokus auf mich. Fokus auf die Kinder. Viel Zeit mit meiner Frau. Viel Kappelzeit. Viel Sportzeit gemeinsam. Und das ist einfach jetzt so ein bisschen der Fokus. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in das Jahresende hinein. Und für mich war das so ziemlich klar, dass ich über Weihnachten, über Neujahr das ein bisschen die Entscheidung treffen möchte. Wie geht es für mich 2025 weiter? Wo steht mein Fokus? Wohin geht mein Fokus so ein bisschen? Und wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht über diese Richtung so ein bisschen reden, weil ich selber für mich diese Entscheidung auch nicht getroffen habe. Ich wollte diese Auszeit so ein bisschen. Ich wollte dieses Timeout so ein bisschen. Und wie gesagt, über Weihnachten, Neujahr wird es dann diese finalen Entscheidungen für mich so ein bisschen geben. Zur Zeit lasse ich mir dann doch die Türen so ein bisschen offen. und sehe dann, wo treibt es mich hin. Und manchmal glaube ich, zeigt es dann eh einem so ein bisschen von alleine. Ich bin niemand, der glaubt, dass irgendwie alles aus einem Grund passiert. Das ist für mich so, man gibt so die Macht irgendwann jemand anderen. Aber ich glaube, dass einfach die Dinge passieren. Und man selber muss sie akzeptieren. Und man macht das Beste daraus. Und genau darum geht es mir. Ich werde das Beste auf jeden Fall aus dem Machen, was mir irgendwie so ein bisschen zugespielt wird. Also wie gesagt, das war so ein bisschen der Fokus über die letzten Wochen. Wenig Business, viel Fokus auf Sport, viel Fokus auf Fitness. Ich bin noch nicht auf dem Level, dass ich jetzt sage, ich bin in meiner besten Fitness ever. Aber jetzt über 10 Kilo abgenommen. Ich möchte wahrscheinlich noch mal so knapp 10 Kilo runter. Dann habe ich mal 20 Kilo abgenommen. Dann habe ich zu viel abgenommen. Das weiß ich. Aber dann habe ich mal 20 Kilo in meinem Leben abgenommen. Habe ich noch nie getan. Da habe ich mir gedacht, okay, passt, mache ich mal. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder zunehmen. Vielleicht 7 bis 10 Prozent Körperfett. So richtig auf das Level, wo ich halt als Profi Kilesurfer war. Und das habe ich mir so als Ziel gesetzt. Und dann schaue ich mal. Und dann, ja, ich habe mich für einige High Rocks Events angemeldet. Habe ich nächstes Jahr für den Marathon schon angemeldet. Da schon ziemlich guten Trainingsplan. Also alles fokussiert zur Zeit. Gesundheitstests. Hat wirklich alles nachgeholt. Alle Früh-Tests, was man irgendwie für alle Sachen machen muss. Blutwerte und so weiter. Wieder wirklich zurück in Schuss. Dinge, die ich halt eben ein bisschen vernachlässigt habe. Und dann viel Lego spielen mit den Kindern und so weiter. Also genau so, was man halt als Familienvater dann auch macht. Und wie gesagt, ist ja auch manchmal, was Work-Life-Balance angeht. Work-Life-Balance muss ja nicht immer auf Wochenbasis sein. Sondern kann ja oft sehr, sehr, sehr gut irgendwie auf Jahresbasis sein. Quartalsbasis sein. Dinge, die ich halt in den letzten, vor allem im letzten Jahr, würde ich mal sagen, aber in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen weniger gemacht habe. Jetzt eben gut nachgewollt. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, lass mal wieder ein Video machen. Und fand, ich glaube auch gerade einen guten Zeitpunkt, die Welt ist gerade so ein bisschen ziemlich brutal. Vor zwei Wochen Trump gewählt worden. Und für mich nicht überraschend, dass Trump gewählt worden ist. Das war ja eine Vorhersage von mir. Ich mache ja mal in der Circle Jahresanfang immer so ein Jahresvorschau. Da habe ich für 2024 so eine Jahresvorschau gemacht. Da habe ich eines der Vorhersagen, dass ich glaube, dass Trump gewinnt. Dazwischen hat es mir nicht so gut ausgesehen. Da war ich echt schon so ein bisschen immer gedacht, okay, das könnte Harris machen. Aber am Ende dann Trump das Rennen gemacht. Was mich überrascht hat, und das muss ich wirklich sagen, war, wie schnell und eindeutig das passiert ist. Ich habe mir gedacht, dass wir da wochenlang noch Stress zwischen den zwei Parteien haben. Lief aber eben deutlich schneller. Am Ende für das Portfolio absolut fantastisch. Ich glaube, hier wirklich jeder, der in Krypto drinnen war oder ist, hat sich ja über vieles von dem Ganzen freuen können. Bitcoin neu, all time high ist jetzt auf 94.000. Und ja, ganz viele der Aktien, auch die ich bei mir im Portfolio habe, einfach extrem gut performt. Und das ist natürlich dieses, ja, ich weiß nicht, ob es ist, dass irgendwie so ein bisschen das Risiko raus ist. Was ist, wenn Harris reinkommt und hier so ein bisschen Probleme macht? Oder was ist einfach, wenn jetzt Biden das alles nochmal, ah, wenn das Trump alles nochmal ein bisschen besser macht? Also sehr, sehr, sehr spannend. Und es sind natürlich jetzt ganz viele Dinge gerade am Tisch. Und eine Sache, die ich jetzt einfach vor allem ein bisschen machen möchte, ist, so ein bisschen vielleicht bis Weihnachten so ein bisschen die Vorschau machen. Ich habe einen Blogpost dazu auch geschrieben. Da gab es einen, also wir haben für den Inner Circle, da haben wir einen kostenlosen Report, 30 Seiten gemacht, wo wir das genau analysieren, unterschiedliche Strategien. Und ich möchte vielleicht noch ein paar Punkte jetzt rauspicken für dich, damit du für dich ein bisschen hast, okay, wo steht mein Kopf? Was glaube ich gerade? Und ich muss auch sagen, also ich habe jetzt in den letzten knapp drei Monaten auch einfach einiges fürs Investieren an Chancen gehabt. Für mich persönlich, Family Office aufgesetzt, dass wir einfach wirklich professionell an das ganze Vermögen ein bisschen rangehen können, professionell das Ganze zum Investieren bringen können. Und das sind alles so Dinge, die natürlich da total Sinn ergeben, glaube ich. Und will mich da auch einfach extrem darauf fokussieren. Chancen nutzen, viel versatil auch sein, ein bisschen teilweise auch Trading-Positionen machen, kurzfristiger rein, kurzfristiger raus. Und das sind wahrscheinlich alles so ein paar Punkte. Vielleicht ganz kurz ein paar Dinge, die, glaube ich, nicht wirklich überraschend waren. Was nicht überraschend war, und da waren auch viele Leute, die sich da extrem gut positioniert haben, über die Trump-Wahl. Dass Doge gewinnt, das war eines der Dinge, die, gut, ich habe jetzt nichts öffentlich, also muss ich auch sagen, ich habe echt wenig Social Media gepostet, aber zumindest bei uns im Inner Circle war das sehr, sehr, sehr klar, dass wenn Trump gewinnt, dann wird Doge der große Gewinner sein. Keine große Überraschung, war es auch. Hat natürlich wegen Elon und diesem ganzen Zusammenhang, das ist, glaube ich, keine große Überraschung. Das Zweite, was ein großer Gewinner war, vor allem unter den Aktien, klar, die Krypto-Aktien selbst, also Coinbase, MicroStrategy und so weiter, aber dann vor allem auch Tesla. Und das war natürlich auch eine sehr, sehr, sehr leichte Wette. Darüber hinaus war es natürlich schon so ein paar Sachen, die ein bisschen schwieriger vorherzusehen waren. Dass zum Beispiel Trump Social Media eigentlich relativ schwach dort performt, glaube ich, war nicht so einfach vorherzusehen und ist auch sicher für einiges ein bisschen überraschend. Also so ein ganz klarer By the Rumors Sell the News. Und das wird etwas sein, wo ich ja persönlich zu denen gehöre. Wenn wir dann auf den 20. Januar schauen, könnten wir vielleicht sowas nochmal darüber hinaus sehen, dass es nochmal so ein bisschen By the Rumors Sell the News wird. Also das wird natürlich auf den 20. Januar hin, meiner Ansicht nach, nochmal sehr, sehr wichtig in dem Ganzen sein. Ja, ansonsten Banken, Energiesachen, all diese Dinge, die natürlich von Trump sehr, sehr stark waren, haben hier natürlich gut performt. Das waren sicher so die großen Gewinner. Und jetzt kann natürlich eine der Anlagestrategien sein. Und das wird auch sicher bei mir ein Portfolio sein, bei uns im Family Office so eine Idee sein, beziehungsweise Strategie sein. Und natürlich auch, also wenn wir dann wirklich in die spezifischen Ideen so ein bisschen reingehen, auch natürlich für Inner Circle, sind natürlich das so ein bisschen die Richtungen. Also alles, was so ein bisschen Krypto angeht, hier alles, was irgendwie Bitcoin, Ethereum schwächelt, zurzeit extrem. Und gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Theorien, woher das kommt. Ist es, weil irgendwie die Lea 2 da so viel Energie wegnehmen. Ist es, weil einfach bei Ethereum so ein bisschen die Roadmap fehlt. Fehlt so ein bisschen der klare Nutzen. Aus welchem Grund auch immer. Sehr, sehr, sehr starke Schwächeln da dauert zurzeit. Solana dafür extrem stark. Bei mir mittlerweile auch eine gute Position im Portfolio. Habe ich auch aufgebaut. Hat über die letzten Monate natürlich auch richtig, richtig schön in dem Ganzen so ein bisschen performt. Und dann natürlich darüber hinaus, habe ich auch einiges an Blogposts gemacht. Mittlerweile bei mir im Portfolio auch diese absoluten Spekulationspositionen rund um Culture Coins, rund um Meme Coins. Haben extrem gezogen teilweise. Also die haben ja 100, 200% gemacht. Ich habe das auch bei Blogpost einiger Male gepostet. Haben keine separaten Videos oder so weiter zugemacht. Sondern das waren halt auch alles so Berichte, die ich da so ein bisschen rausgezogen habe. Ich verlinke die da auch einfach mal unten rein. Kannst du dir das sonst, wenn du irgendwie ein bisschen verpasst hast, kannst du dir das einfach mal ein bisschen anschauen. So seid auf jeden Fall ein starker Trend, was man da draußen so ein bisschen sieht. Und ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass so der Trends your friend, dass wir das zumindest mal Weihnachten, Thanksgiving jetzt übernächste Woche, wird natürlich einiges passieren, dass wir das dort so ein bisschen in diese Richtung hinein sehen. Auch wichtig, ich habe das nie live hier gepostet. In der Circle habe ich es aber klar kommuniziert. Ich habe mittlerweile zweimal schon Gewinne mitgenommen bei Krypto. Und ja, also meine Positionen damals bei Krypto. Ich habe ja vor, was ist das jetzt? Drei Jahre habe ich so ziemlich Gewinne mitgenommen. Habe dann wieder extrem nachgekauft. Habe mehr Coins nachgekauft, als ich damals verkauft habe. Vorteil war natürlich, dass der Preis zu billig ist. Jetzt ist natürlich der Preis deutlich weiter oben. Habe wieder Gewinne mitgenommen und schichte das einfach wieder ein bisschen um. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass irgendwie das Portfolio runtergeht. Oder dass jetzt irgendwie Krypto crash. Glaube ich wirklich nicht. Sondern ich glaube, wir sehen die Rallye noch ein bisschen weitergehen. Aber weil es einfach so ein paar Fragezeichen, die ich schon da draußen immer so ein bisschen sehe. Dinge, die für mich nicht so ganz klar sind. Und da gibt es halt immer so eine Grundregel, wenn du nicht hundertprozentiges Spiel kennst, nicht hundertprozentiges Spiel erweist, dann lieber ein bisschen defensiver, ein bisschen vorsichtiger. Aus dem Grund bin ich zwar gut jetzt in Krypto noch drin, habe aber einfach so einen schönen Gewinne rausgezogen. Damit, falls überraschenderweise, muss ich nicht sagen, überraschenderweise, jetzt der Markt absäuft und irgendwie nicht noch weitergeht, dann hat sich der Run für mich trotzdem extrem jetzt über die letzten, sagen wir mal, drei Jahre bei den großen Coins gelohnt. Zweite große Kategorie neben Krypto sind natürlich Aktien. Und da ist natürlich auch der Trends your friend. Ich meine, du siehst es zurzeit. Die großen Tech-Aktien performen richtig gut. Keine wirklich Überraschungen. Du hast einerseits Energieaktien, die sehr, sehr gut performen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt ja immer ganz wichtige Konzepte. Bei manchen Dingen ergibt es zum Beispiel Sinn, in den Rohstoff selbst zu investieren. Und bei manchen Dingen ergibt es deutlich mehr Sinn, in die Firmen zu dem Rohstoff investieren. Und es ist so wichtig, dass du hier die Unterschiede auch lernst, verstehst. Und es hat einfach ganz viel damit zu tun, wie korrupt gewisse Industrien sind und wie gut gewisse Industrien skalieren können. Und das ist einfach ein drastischer Unterschied manchmal. Und gerade was zum Beispiel Öl angeht, dann glaube ich, dass zum Beispiel Öl selbst zum Investieren oft gar nicht so spannend ist. Kann man natürlich manchmal als Trading-Position verwenden. Aber hier sind meiner Ansicht nach die Firmen drumherum einfach viel spannender. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass bei Trump der Ölpreis gar nicht so gut profitieren wird, weil halt Drill Baby Drill von Trump eines dieser Philosophien ist. Und das ist meiner Ansicht nach den Ölpreis einfach ein bisschen unter Druck bringt. Aber Firmen, du musst natürlich die richtigen Firmen hier haben, die hier von Trump einfach richtig schön profitieren. Auch wie er jetzt wieder seinen Energieminister einsetzt, ist ja auch ein absoluter Öl-Fan, kann natürlich hier eine große Chance sein, was Ölfirmen das Ganze so ein bisschen angeht. Die großen Tech-Firmen, gut, da sind natürlich auch genug Chancen, genug Risiken. Gerade, also je nachdem, wenn du das Video schaust, Nvidia Earnings jetzt, das ist natürlich sehr spezifisch, kann natürlich den Markt extrem aufwirbeln. Ist natürlich etwas, was ich mit mir im Portfolio zur Zeit sehr, sehr, sehr genau anschaue. Also das ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Neben diesen The Trends Your Friend Sachen, hast du natürlich die Contrarian-Wetten. Und bei den Contrarian-Wetten kannst du natürlich auch zu Sachen wetten, die teilweise extrem abgestraft werden. Wo Trump mit den Zöllen zum Beispiel, dass er da extrem Angst reinbringt, aber vielleicht ist es eher mehr Drohung von seiner Seite. Und wenn es dann tatsächlich dazu kommt, macht er so einen Switcheroo und am Ende geht der Markt dann wirklich deutlich besser rauf. Das sind so diese Contrarian-Wetten. Da muss man natürlich aufpassen, die sind natürlich nicht ganz so einfach. Du musst auch die fundamentalen Sachen so ein bisschen verstehen. Einer der Dinge, der bei mir hier so ein bisschen ist, ist sicher so ein bisschen der Gesundheitsmarkt. Wird ja wegen RFK ziemlich abgestraft, weil er so ein bisschen extrem gegen Big Farmer und so weiter ist. Ich glaube aber, dass da am Ende doch einige an Chancen da sind und einfach wirklich ein paar spannende Möglichkeiten zum Investieren. Also der Markt könnte hier meiner Ansicht nach auf jeden Fall interessant auf einer Aktienseite so ein bisschen sein. Und ja, dann kommen wir natürlich auf Dinge, die natürlich absolut high risk, absolut super crazy sind. Und da sind natürlich so ein bisschen die Fragen, was hat Trump für Auswirkungen auf Russland? Was hat Trump Auswirkungen auf die Ukraine? Was hat Trump für Auswirkungen auf den Nahen Osten mit Israel? Und du hast natürlich da extrem krasse, wirre Investmentmöglichkeiten. Also gerade was zum Beispiel Russland angeht. Vor dem ganzen Krieg gab es RSX als ETF. Das Ding ist mittlerweile komplett vom Trading ausgenommen, ist nicht mehr investierbar. Es ist generell zurzeit als Westler, der nicht irgendwie direkt Kontakte in Russland hat, sauschwer irgendwie in Russland zu investieren. Aber es gibt natürlich wieder Möglichkeiten, wo du sagst, okay, sollte Russland, sollte Ukraine, sollte der Konflikt irgendwie ein bisschen aufhören. Ich verstehe schon, gerade gestern hat das Ganze vielmehr eskaliert, aber noch ist Biden so ein bisschen an der Macht und ich glaube, die wollen jetzt nochmal alles ein bisschen auslutschen. Kommt dann Trump, meiner Ansicht nach beruhigt sich das alles so ein bisschen. Da hast du natürlich die total krassen High-Risk-Strategien, wo du aber natürlich ohne weiteres 100, 200, 300 Prozent an Rendite machen kannst, weil halt natürlich das zurzeit so massiv abgestraft ist und das kann natürlich dann extrem schnell umdrehen. Da muss man natürlich total aufpassen. Erstens, du musst wirklich gute Recherche machen, denn es ist sauschwer, in diese Sachen zurzeit zu investieren und gleichzeitig ist es natürlich so, dass du wirklich auch aufpassen musst, was heißt das Ganze zeitlich. Das kann natürlich deutlich länger brauchen, kann der Krieg natürlich weitereskalieren. Das sind natürlich so ein bisschen Gefahrenpunkte. Du kannst, und jetzt kommen wir zu etwas, das ist natürlich auch interessant, du kannst natürlich auch sogenannte Spreadtrades machen. Etwas, das ich auch immer wieder gerne mache. Und hier gehst du her, nimmst ähnliche Kategorien, wo aber eines wahrscheinlich eher runter geht, das andere eher rauf. Und der Vorteil an solchen Spreadtrades ist, dass du halt wenig von irgendwie von dem Markt abhängst und vielmehr von der Relation zwischen den zwei Dingen. Und da hast du natürlich Möglichkeiten, weil Trump wahrscheinlich für gewisse Märkte zum Beispiel deutlich bearischer sein wird, als wie für andere Märkte. Also gerade wenn du zum Beispiel die Eurozone anschaust, wenn du China anschaust. Das sind natürlich alles so Dinge, wo ich mir schon so ein bisschen die Frage stelle, wie gut wird Trump für China sein? Kannst du selber deine Entscheidungen so ein bisschen treffen, aber ich treffe natürlich so ein bisschen meine eigene Entscheidung, oder? Und ja, das sind halt so die Dinge, wo ich dann hergehe und sage, okay, alles Punkte, die ich dann ein bisschen vergleichen kann, dann sage ich, ja, weißt du was, ich kann mir gut vorstellen, dass Trump zum Beispiel für diesen Sektor eher gut sein wird, für den Sektor eher schlecht sein wird. Lass mich die gegeneinander ausspielen und ich profitiere halt von der Differenz. Mir ist egal, wenn beide Sektoren runtergehen, solange ein Sektor stärker runtergeht als der andere. Mir ist es auch gut, wenn beide raufgehen, solange der eine stärker raufgeht als der andere. Und das ist natürlich für mich etwas total Wichtiges und das ist natürlich eine interessante Strategie. Ich habe das im Blogpost, wenn du es anschaust, auch nochmal ein bisschen ausgeführt. Kannst du es dort auch so ein bisschen sehen, wie die Möglichkeiten dort ausschauen. Und last but not least, und das ist halt ein ganz essentieller Punkt. Ich gehöre zu den Leuten, die glauben, dass die Demokraten über die letzten Monate, hatte ja wahrscheinlich Jahre, die Zahlen extrem manipuliert und verschoben haben. Also alles, was Inflationszahlen angeht, was Arbeitslosenzahlen angeht, was irgendwelche Wirtschaftsdaten, Konfidenzdaten und so weiter angeht, glaube ich halt, dass die Demokraten da extrem rumgeschoben und rumverzögert haben. Und jedes Mal kommen danach wieder Korrekturen raus, die eigentlich diese Daten immer verschlechtern. Aber die Headline, Also die Schlagzeile, die hat ja jeder so im Blick. Oh, Inflation so viel runter. Oh, Arbeitslosen so viel runter. Aber die Korrektur danach kriegt da nie jemand so ein bisschen wirklich mit. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es da schon zu einigen Problemen in naher Zukunft kommen kann. Auch natürlich, wenn Elon hergeht und mit seinem Department of Government Efficiency nochmal richtig reinfährt. Es ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit. Was heißt das dann für Krypto? Weil wir haben das bei Krypto noch nie wirklich gesehen, wenn du so einen massiven, und ich würde jetzt nicht Rezession sagen, aber das glaube ich nämlich nicht, dass du einfach so einen richtigen Stöpselzug mal hast. Was heißt das für Aktien? Und wie spielen da natürlich dann Rohstoffe? Wie spielen da Edelmetalle, Gold? Wie spielen da Anleihen hinein? Und das sind Sachen, die ich für mich so ein bisschen habe, so, ja, was ist so ein Buy the Rumor, Sell the Event? Also Sell the News. Und da, das ist schon so ein bisschen, was bei mir so ein bisschen mitschwirrt. Und ich erinnere mich so ein bisschen, gerade wie gestern, wo halt plötzlich dann Biden daherkommt und sagt, ja, wir geben jetzt Langstreckenraketen an Russland. Und jetzt heißt es dann irgendwie, jetzt werden Antipersonenminen an, äh, nicht an Russland, an die Ukraine gegeben. Und jetzt werden Antipersonenminen an die Ukraine gegeben. Das sind schon Dinge, wo ich mir so da sitze und sage so, wirklich, also, muss man jetzt hier den Dritten Weltkrieg irgendwie provozieren? Und dann, also, gut, das sind halt so ein bisschen die Gedanken, die ich dann da so ein bisschen habe. Ähm, genau, das sind so ein bisschen die Strategien. So positioniere ich mich zurzeit. Ich habe von allem so ein bisschen, also, The Trend's Your Friend habe ich auf jeden Fall. Ich bin Long Crypto, ich bin Long Aktien. Ich habe auf jeden Fall Contrarian Sachen zurzeit drinnen, wo ich mir denke, okay, weißt du was, einige Pharmafirmen sind echt abgestraft worden. Ey, glaube ich, nicht korrekt. Lass mich da mal ein bisschen drauf gambeln. High-Risk-Sachen. Russland. Ha. Also, also, da wird es schon ziemlich spicy. Nicht etwas, was so salonfähig ist, wenn du Leuten sagst, ich investiere in solche Sachen, weil die Leute dann halt immer gleich, ja, Vogue, Links, da ein bisschen Probleme haben. Aber gut, als guter Investor verdienst du Geld und machst das Ganze, solange du das mit deinen moralisch-ethischen Werten vereinbaren kannst. Spread Trades sind bei mir immer ein Programm und dann natürlich, irgendwie müssen dann natürlich gewisse Absicherungen, Diversifizierungen da sein. Außer du glaubst, die Party geht immer weiter und es kann natürlich sein. Dann freuen wir uns alle, aber irgendwann stopft die Musik dann immer wieder und ja, erinnert mich so ein bisschen damals, wie wir Ende 2019, 2020 rein sind. Damals hatte ich auch echt Glück, muss ich echt sagen. War genau richtig positioniert. Covid war, habe ich nicht vorher gesehen, aber war damals auch einfach gut positioniert und das war eines der wichtigsten, wenn ich hergehe und sage, eine der drei wichtigsten Finanzentscheidungen, dann waren es sicher 2017, Bitcoin zu verkaufen. Damals, wie ich 2020 positioniert war und extrem aggressiv gekauft habe und dann Ende 2021, wie ich extrem aggressiv verkauft habe und das waren sicher wichtige Entscheidungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dem so ein bisschen wieder bevorstehen. Also, ja, mein Fokus, meine Zeit, Energie, deutlich stärker zur Zeit wieder aufs Investieren und einfach viele Dinge, die mir einfach zur Zeit extrem Spaß machen. Ich schaue mal, wie viele Videos wir hier raushauen. Wahrscheinlich immer wieder wird jetzt nicht irgendwie das Regelmäßige sein. Ich werde halt immer gewisse Sachen kommentieren. Wenn du Fragen und Themenwünsche Zeit hast, kannst du mich das gerne unten wissen lassen, dann schaue ich mir das mal an, dass ich das vielleicht so ein bisschen einfließen lasse. Generell, du hast es auch vielleicht gesehen, wir werden den Kanal so ein bisschen einerseits generell investieren, generell Unternehmertum, generell ein bisschen Mindset, weil einfach für mich viele Dinge zur Zeit wichtiger sind, als wie einfach nur Krypto, als wie nur Business oder so, sondern es geht zur Zeit einfach mehrere Sachen ab und ich sehe mich nicht unbedingt als Influencer, ganz im Gegenteil. Ich sehe mich vor allem als Investor wahrscheinlich zur Zeit, zur Zeit nicht mal so sehr als CEO. Als CEO habe ich mich vor drei Monaten, sechs Monaten extrem gesehen, zur Zeit eher mehr von der Investorenseite und ich rede halt über Dinge, die ich gerne, die ich spannend finde und die ich gerne mache und die ich gerne mag. Genau, Blogpost zu den ganzen Sachen findest du unten, kannst du dir da auch nochmal anschauen, falls du Interesse in der Circle hast, kannst du dich dort auch bewerben, haben wir auch unten rein und ansonsten, falls du hier in Zukunft keine Videos verpassen willst, freue ich mich auf ein Abo, freue ich mich auf ein Glöckchen, dann verpasst du hier nichts. Ansonsten, Daumen hoch, vielleicht wenn du dich freust, dass ich wieder da bin, hinterlasse mir ein nettes Kommentar. Ansonsten, ganz egal, sehen wir uns trotzdem, mach's gut, dein Julian, Tschüss. Dich, 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 Das sogar die über principals.